Hallo und herzlich willkommen im Light Novel Dungeon, ich bin Stefan und heute bringe ich euch Tag 7 der Goblinslayer Woche. Ich möchte euch in diesem Video endlich die Frage beantworten, wie viel Dungeons & Dragons denn nun im Goblinslayer steckt. Erfahrt mehr nach dem Intro. Ich muss glaube ich nicht sagen, dass dieses Video einige Spoiler enthalten wird, daher solltet ihr die Novels noch nicht gelesen haben und habt es vor, beendet bitte das Video an dieser Stelle. In meinem ersten Review zum Goblinslayer, das ich am 15. September 2020 veröffentlicht habe, hatte ich euch versprochen ein Spezial zum Goblinslayer und Dungeons & Dragons zu machen und mal einige der Gemeinsamkeiten für euch zu sammeln. Im Rahmen der Goblinslayer Woche hier im Light Novel Dungeon will ich dieses Versprechen nun endlich einlösen. Herzlich willkommen zu Tag 7 der Goblinslayer Woche und meinem persönlichen Highlight. Wie im Intro erwähnt soll es um die Frage gehen, wie viel Dungeons & Dragons steckt denn nun im Goblinslayer? Die kurze Antwort, eine ganze Menge. Für die längere Version dieser Antwort, brauche ich etwas mehr Platz. Was ist ein Tischrollenspiel und wie funktioniert es? Zu Anfang dieses Artikels ist es sicher sinnvoll überhaupt zu klären, was denn überhaupt ein Tischrollenspiel ist. Gerne wird es auch Tabletop, Pen & Paper oder TTRPG genannt. Praktischerweise haben wir im Dungeon mit unserem neuen Mitarbeiter Ketsu genau den richtigen Ansprechpartner für diese Frage. Von ihm habe ich folgende etwas grobe Erklärung angeboten bekommen. Ich würde es als ein kooperatives Rollenspiel beschreiben, indem man zusammen eine Geschichte kreiert und diese mit Spielelementen ausschmückt. Entweder über lange Zeit hinweg oder nur für einen Abend. Wir wissen also schon mal, dass es sich dabei um ein Rollenspiel für meist mehrere Mitspieler handelt. Dabei teilen sich die Spieler in zwei Gruppen auf. Einer der Spieler übernimmt dabei den Teil des Spielleiters, gerne auch Game Master, kurz GM oder Dungeon Master, kurz DM genannt. Und die restlichen Spieler sind dann die Spielercharaktere, kurz SC. Mein Kollege beschrieb mir das Ganze so. Der DM ist der Spielleiter, der die Grundstruktur des Narrativs auslegt und auf die Spieler anpasst, sowie die Geschehnisse kontrolliert. Die Spieler steuern die Richtung, in die es geht und schmücken es mit Charakterinteraktionen und Handlungen aus. Der Spielleiter übernimmt also die Rolle des Erzählers und denkt sich eine Geschichte für die Helden, also die anderen Spieler aus, oder nutzt eine der vielen vorgefertigten Geschichten. Der Leiter übernimmt auch sämtliche NPC, auch Non-Player Characters und Monster, die im Spiel vorkommen. Die anderen Spieler erstellen sich entweder selbst einen Abenteurer oder greifen auf eine vorgefertigte Figur zurück. Diese steuern sie dann durch die gemeinsam erdachte Welt. Das Ziel dieser Art des Rollenspiels ist dabei denkbar einfach. Alle Beteiligten wollen einfach Spaß haben und einen schönen Abend verbringen. Dabei finde ich es wichtig, nochmal zu betonen, dass es ein kooperatives Rollenspiel ist. Der DM ist also, obwohl er auf der anderen Seite sitzt, nicht euer Feind, den es zu bekämpfen gilt, sondern ebenfalls ein Spieler. Was braucht man alles für ein Pen & Paper Rollenspiel? Eine der schönsten Sachen am Tischrollenspiel ist, dass man sehr wenig braucht, um damit anzufangen und der Einstieg relativ günstig oder sogar umsonst ist. Wie viele Sachen ist auch Tabletop mittlerweile digital möglich, mit Sachen wie Foundry VTT, was im Übrigen nicht kostenlos ist, oder auch Roll20, was man kostenlos nutzen kann. Ich möchte mich hier aber auf die klassische Variante beschränken. Was man für ein klassisches Tabletop auf jeden Fall braucht, sind folgende Sachen. Papier, Bleistifte und Radiergummi, ein Würfelset bestehend aus verschiedenen Würfeln, zu denen gleich mehr, verschiedene Regelbücher, entweder gedruckt als Hardcover oder auf einem Tablet und einen möglichst großen Tisch. Das Papier, die Bleistifte und das Radiergummi für jeden Spieler sind nicht teuer. Diese dürfte sicher jeder Spieler auch schon zu Hause haben. Ansonsten gibt es diese Sachen im nächsten Schreibwarenladen für wenig Geld. Auch die Würfelsets sind ebenfalls sehr erschwinglich. Beim Shop mit einem lächelnden Karton könnt ihr euch ein ganzes Set bestehend aus 6 Sätzen Würfeln für gut 12 Euro bestellen. Das sind gerade mal 2 Euro je Set, also auch kein Beinbruch. Die Sets bestehen dabei aus verschiedenen Würfeln, die man anhand ihrer Seitenzahl unterscheidet. Dabei wird entweder die Abkürzung W wie Würfel oder D wie Dice, Englisch für Würfel, verwendet. Ein D4 ist also ein Würfel mit 4 Seiten. Ein Set Würfel enthält dabei einen D4, einen D6, einen D8, zwei D10, einen D12 und einen D20. Was sich auch als sehr nützlich erweisen kann, sind verschiedene Regelbücher. Das ist wirklich die einzige Sache der Grundlagen, die etwas ins Geld gehen kann. Bei einer gedruckten Fassung der wichtigsten Bücher für Dungeons & Dragons, dem Spielleiterhandbuch, dem Spielerhandbuch und dem Monsterhandbuch, seid ihr mit gut 40 oder 50 Euro je nach Edition pro Stück dabei. Beachtet hierbei bitte das folgende. Die Wizards of the Coast haben die Veröffentlichung von Dungeons & Dragons in Deutschland und ein paar anderen europäischen Ländern übernommen. Dies hat den Effekt, dass es überarbeitete Fassungen der Grundregelbücher geben wird und es eine Preisanpassung nach unten von bisher 50 Euro auf 40 Euro geben wird. Auch wird es erstmals das Basisset und das Grundregelwerk Geschenkset auf Deutsch geben. Mehr zu dem Ganzen könnt ihr dem Blogpost der Wizards of the Coast entnehmen, den ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Die Variante von Ulysses, die wir bisher hatten, wird wohl wegen der Buchpreisbindung weiterhin 50 Euro kosten. Damit kann man die beiden Versionen gut voneinander unterscheiden. Meine Empfehlung wäre es hier zu warten und dann erstmal zum günstigen Basisset zu greifen und wenn es einem gefallen sollte, die anderen Regelbücher zum besseren Preis von 40 Euro danach einzukaufen. Alles andere, wovon ihr schon gehört haben könntet, wie etwa Miniaturen, Karten, Battlemaps und ähnliches sind im Grunde rein optional und dienen nur dazu, das Ganze etwas aufzuhübschen. Für komplette Anfänger gibt es, wie erwähnt, das Basisset für 20 Euro zu kaufen, das alles Notwendige enthält, um ein Tischrollenspiel mal auszuprobieren. Darin sind enthalten ein paar Regelsätze, ein paar vorgefertigte Charaktere und ein Satz Würfel. Das Basisset erscheint auf Deutsch am 24. September 2021. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich euch das alles erzähle und was das alles mit dem Goblin Slayer zu tun hat. Naja, wie ich damals in meinem Review zum ersten Band der Goblin Slayer Light Novel geschrieben habe, kann man in der Welt von Goblin Slayer einige Dinge entdecken, die eben ganz klar aus den Tischrollenspielen entnommen wurden. Solltet ihr das Review noch nicht gelesen haben, ein Link ist ebenfalls unten in der Beschreibung. Nicht ganz unschuldig daran ist natürlich der Autor, der sich all dies ausgedacht hat. Kumo Kagyu. An den Büchern, die ich euch bisher vorgestellt habe, konnte ich durchaus schon feststellen, dass Herr Kagyu viel Ahnung von dem hat, was er da schreibt. Ich habe ja schon öfter thematisiert, dass ich eine kleine Vorliebe dafür habe, wenn ein Autor wirklich Ahnung hat von dem, was er schreibt. Meiner Meinung nach führt dies zu einem besseren Buch. Dabei kann so etwas entstehen wie bei Keiichi Siksawa im SAO-Spinoff Sword Art Online Alternative Gun Girl Online. Ich habe kaum eine Light Novel gelesen, die mir so detailliert etwas über Schusswaffen vermittelt wie dieses. Jede der Waffen wurde hier korrekt benannt und sogar die einzelnen Kaliber der verwendeten Kugeln und Eigenschaften der Waffen hat Herr Siksawa in die Novel transportiert. Man merkt dem Buch wirklich an, dass der Mann ein Waffennahrer ist, was der Novel im Sinne der Glaubwürdigkeit gut tut. Aber mal zurück zum Goblin Slayer. Bei Kumo Kagyu und seiner Geschichte hatte ich ein sehr ähnliches Gefühl. Mir kam es bisher so vor, als wäre dieser Mann ein erfahrener Rollenspieler, der schon selbst viele Runden hinter sich gebracht hat. Damit ist er natürlich prädestiniert dafür, eine Geschichte wie den Goblin Slayer zu schreiben. Das ist allerdings nicht nur mein Eindruck. Die Beschreibung zum Autor aus dem ersten Band der Light Novel, auf Deutsch erschienen bei Altraverse, sagt dazu folgendes. Kumo Kagyu. Nachdem er viele Tage mit Pen & Paper Rollenspielen und dem Gestalten von Homepages verbracht hatte, ermunterten ihn seine Freunde zum Schreiben von Romanen. Beim siebten Gea Bunko Award reichte er sein Werk Tenka Isshu Imagawa Shimakoto Muyoken ein und erhielt die Chance auf sein Debüt als Autor. Er wollte schon immer folgenden Satz schreiben. Los, schlag die Seiten um! Aus Goblin Slayer Band 1, deutsche Fassung der Altraverse GmbH, erste Auflage, Seite 257. Aus dem Nachwort des ersten Bandes kann man auch klar entnehmen, dass der Autor auf viel Erfahrung in diesem Bereich zurückblicken kann. Er schildert im Nachwort nochmal genauer, wie es überhaupt zu dieser Idee kam und was ihn dazu bewegte, diese Novel zu schreiben. Ich denke, es ist besonders wichtig hervorzuheben, dass er schon länger als 10 Jahre Pen & Paper Rollenspiele spielt. Dabei hat er wohl alles mitgemacht, was einem Abenteurer nur passieren kann und viele Abenteuer erlebt. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Diese ganze Erfahrung spiegelt sich, meiner Meinung nach, auch in der Novel wieder und zeigt, wie sehr ein reicher Fundus an Erfahrungen auf einem Gebiet an der Light Novel beeinflussen kann. Mehr dazu könnt ihr nachlesen in Goblin Slayer Band 1, deutsche Fassung der Altraverse GmbH, auf der Seite 254 bis 255. Wer sonst also als genau dieser Mann sollte genau diese Geschichte schreiben? Ich denke, dass er so viel Erfahrung vorweisen kann, ist genau das, was seine Geschichte über den Goblin Slayer so gut macht. Ich hoffe, euch im Laufe dieses Artikels aufzeigen zu können, wie nah er sich an den Tischrollenspielen befindet und wo er sich vielleicht auch die ein oder andere künstlerische Freiheit gegönnt hat. Der Vergleich zwischen Goblin Slayer und Dungeons & Dragons. Warum überhaupt Dungeons & Dragons? Noch eine kurze Erklärung, bevor wir uns auf den Vergleich stürzen. Ich habe mich dafür entschieden, den Goblin Slayer mit Dungeons & Dragons, kurz D&D, zu vergleichen, weil es einfach das bekannteste aller Tischrollenspiele ist und die Inspiration wohl daraus stammen könnte. Ich weiß aber natürlich nicht genau, welches Pen & Paper Rollenspiel Herr Kagyu tatsächlich spielt. Für den Vergleich habe ich mir bei der Goblin Slayer Light Novel die Bände 1, 2 und 4 geschnappt. Diese sind auf Deutsch bei Altraverse erschienen. Es sind auch die Bände, die die erste Staffel des Goblin Slayer Anime adaptiert. Ich werde allerdings nicht immer chronologisch durch die Bände gehen, sondern immer ein wenig darin springen. Die Quellen, mit denen ich meine Behauptungen mit Material aus der Novel unterfüttere, habe ich euch jeweils angegeben. Ein direktes Zitat kann ich euch aus lizenzrechtlichen Gründen nur an sehr wenigen Stellen geben. Bei der Reihenfolge für diesen Artikel bin ich so vorgegangen, dass sich das Ganze vom Allgemeinen ins Spezielle bewegt. Die Götter und das Tischrollenspiel Fangen wir daher, nicht nur im übertragenen Sinne, ganz vorne an. Direkt zu Beginn des ersten Bandes der Goblin Slayer Light Novel stolpert man über eine erste Sache im Buch, die so direkt aus einem Tischrollenspiel entstammt. Ich rede von unserem kleinen Schöpfungsmythos der Welt des Goblin Slayers. Direkt zu Beginn auf Seite 11 des ersten Bandes beschreibt uns der Autor eine kleine Szene. Die Götter des Lichts, der Ordnung, des Schicksals, der Dunkelheit, des Chaos und des Zufalls kämpfen darum, wer von ihnen denn nun die Welt beherrschen soll. Dabei gehen sie allerdings etwas anders vor, als man es erwarten würde. Sie nutzen nicht ihre göttlichen Fähigkeiten und bekämpfen sich, wie man es vielleicht von den Göttern des Olymps gewohnt wäre, mit den Fäusten, sondern benutzen dafür Würfeln. Und die Götter haben eine Menge Zeit dafür. Sie würfelten fortwährend und da nicht mal sie die Würfel beeinflussen können, wechseln sich Sieg und Niederlage stetig ab. Einen Sieger gab es nie. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass dies den Göttern irgendwann langweilig wurde. Also erschufen sie eine kleine Welt, um die Würfelspiele spannender zu gestalten. Natürlich wird auch diese von Charakteren bewohnt und manche von ihnen wurden sogar Abenteurer, die mal überlebten, mal nicht. Nach Goblin Slayer Band 1, deutsche Fassung der Altraverse GmbH, erste Auflage, Seite 11. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Im Grunde fingen die Götter, wie auch Anfänger bei Tischrollenspielen, sehr einfach an, mit ein paar Würfeln. Um das Ganze dann etwas spannender zu machen, haben sie sich noch ein Spielbrett, also die Welt des Goblin Slayers, und ein paar Charaktere, die Miniaturen von unseren Abenteurern erschaffen. Diese Passage über die Götter werden immer mal wieder zwischen den einzelnen Kapiteln der Geschichte des Goblin Slayers eingestreut. Schauen wir daher doch gleich auf die nächste Textstelle. Diese macht noch ein wenig klarer, dass die Götter hier einfach nur ein Pen & Paper Rollenspiel spielen. In der ersten Folge des Anime, sowie dem ersten Kapitel der Light Novel, schließt sich eine junge Priesterin einer Gruppe anderer Anfänger an, um einen Goblin Bau zu vernichten. Die Räumung verläuft jedoch alles andere als nach Plan und unsere Gruppe wird überrascht und aufgerieben. Alle der jungen Abenteurer bis auf die junge Priesterin sterben dabei einen grausamen Tod. Als auch das letzte Stündlein der Priesterin schlagen sollte, taucht eine Gestalt in einer Lederrüstung und einem billigen Eisenhelm auf und rettet sie vor ihrem Untergang. Behaltet diese Zusammenfassung kurz im Hinterkopf. Kommen wir zurück zum Treiben der Götter. Die Göttin Illusion hat mal wieder Abenteurer losgeschickt und die Würfel zeigen sich ihr gnädig und die Ergebnisse sind gut. Das sorgt bei ihr für eine gute Stimmung. Ihr kennt das sicher auch, wenn ihr irgendwann mal irgendein Würfelspiel gespielt habt. Irgendwann seht ihr ein Ergebnis, das euch so gar nicht passt und euch so richtig die Laune verderben kann. So auch die liebe Illusion. Ein Wurf schlug wohl ziemlich spektakulär viel. Als sie schon den Gedanken fasste, neue Charaktere zu erstellen, taucht eine weitere Figur auf dem Spielbrett auf. Nach Goblinslayer Band 1, deutsche Fassung der Alt-Rivers GmbH 1. Auflage, Seite 53. Könnt ihr eine Parallele erkennen? Im Grunde habe ich euch soeben die gleiche Szene aus zwei Blickwinkeln geschildert. Einmal aus der weltlichen Sicht der Bewohner der Welt des Goblinslayers und einmal aus der göttlichen Sicht. So hat das furchtbare Ergebnis von Illusionen dafür gesorgt, dass unsere Anfängerabenteurer von den Goblins vernichtet wurden. Sie hatten einfach kein Glück, kann man sagen. Das alles verdeutlicht nochmal schön, dass die Welt des Goblinslayers ein aktiv gespieltes Pen & Paper Rollenspiel sein muss und die Abenteurer, die wir über den Anime begleiten, nichts weiter sind als Spielfiguren auf einem Spielbrett. Bleiben wir noch etwas bei den Göttern und widmen uns kurz einem kleinen Detail des Anime. Auch im Anime ist nämlich der kleine Schöpfungsmythos zu finden, den ich euch bereits erzählt habe. Schaut hier bitte einmal genau hin, denn auch in dieser Szene des Anime wird nochmal wunderbar deutlich, dass die Götter ein Tischrollenspiel spielen. Achtet auf die Würfel. Wenn ihr gut aufgepasst habt und auf die Bilder geachtet habt, dürften euch an dieser Stelle verschiedene Würfel aufgefallen sein, die die Götter verwenden. Man kann in dieser Szene ganz explizit ein paar D6, einen D8, einen D10 und einen D20 durch das Bild rollen sehen. Muss ich dazu wirklich noch was sagen? Um die ganze Sache rund um die Götter noch etwas abzuschließen und noch mehr Einblicke in das Rollenspiel der Götter zu bekommen, machen wir einen Sprung zu Band 2 der Light Novel. Hier beobachten wir Illusionen dabei, wie sie gerade ein Labyrinth auf ein großes Papier zeichnet. Denn wie jeder weiß, ohne Dungeon kein richtiges Abenteuer, oder? Ihr fällt aber auf, dass in ihrem neuen Dungeon noch Monster und Fallen fehlen. Diese verteilt sie dann noch schnell auf der Karte. Allerdings ist immer noch etwas nicht ganz richtig. Der Gott Wahrheit stößt zu ihr, um ihr beim Dungeon zu helfen. Er zieht ein Buch voller Monster und Fallen hervor. Illusionen hat bei seiner Anwesenheit nicht das beste Gefühl, denn wenn er am Spiel teilnimmt, passieren immer wieder schlimme Dinge. Seien es Fallen, die gerade so aus der Reichweite der Abenteuer aufgestellt wurden, oder Auftraggeber, denen er böse Dinge einredete. Er war immer wieder dafür verantwortlich, dass viele Abenteurer verletzt wurden, oder sogar starben. Als Wahrheit also gerade fertig mit dem Aufstellen war, ließ Illusionen einen Schrei herausfahren. Es ist genauso perfekt, wie es vorher steht. Nach Goblin Slayer Band 2, deutsche Fassung der Altraverse GmbH, erste Auflage Seite 59 bis 60. Ganz ähnlich, wie es hier beschrieben ist, dürfte wohl auch ein DM vorgehen, wenn er eine neue Karte für den nächsten D&D Abend entwirft, um die Abenteurer dann dort hinein zu schicken. Auch interessant ist hier die Beschreibung des Gottes Wahrheit. Er scheint so ein bisschen mehr ein böser DM zu sein, um das Ganze etwas spannender zu gestalten. Auch in Tischrollenspielen ist es durchaus so, dass ein DM euch nicht alles erzählen wird und bewusst einige Details zurückhält, oder ein NPC euch dreist anlügt, damit die Geschichte spannender wird. Einfach nur um diesen wunderschönen Moment eines unvorhergesehenen Plottes zu haben. Auch das Monster und Fallen Buch, das Wahrheit hervorholt, haben wir doch schon mal gesehen, bzw. habe ich euch davon erzählt. Es könnte nämlich gut ein Monsterhandbuch gewesen sein. Man kann also an dieser Stelle denke ich festhalten, dass es als DM nicht schadet, wenn man vielleicht eine Begabung dafür hat, spannende Geschichten zu schreiben. Ein Muss ist das, aber nicht. Es gibt da draußen in den Weiten des Internets auch genug Geschichten, offizielle und auch inoffizielle von Fans erstellte Geschichten, die ihr nachspielen könnt. Seid aber gewarnt, dass es sich dabei meist um englische Geschichten handelt. Ich selbst habe mal eine solche kleine Geschichte leiten dürfen und die Idee rund um Rotkäppchen als Werwolf war schon nicht schlecht. Aber ich schweife ab. Kommen wir von den Göttern zu unseren Abenteurern. Wie man sich vorstellen kann, ist die Welt des Goblin Slayers natürlich gespickt mit Elementen, die man aus den Pen & Paper Rollenspielen kennt. Gehen wir zurück in das erste Kapitel von Band 1 der Novel. Wir lesen darin zu Beginn von der jungen Priesterin, die nun alt genug ist, sich als Abenteurerin registrieren zu lassen. Nach ein paar allgemeinen Fragen der Gildenangestellten überreicht sie der Priesterin einen Bogen, den sie ausfüllen soll. Auf dem Bogen werden der jungen Priesterin überraschend einfache Fragen gestellt. Sie sollte Angaben zu ihrem Namen, Geschlecht, Alter, Beruf, Haarfarbe, Augenfarbe, Körperbau, Fähigkeiten sowie Zaubern und Wundern machen. Um die Felder Fertigkeitspunkte und die Abenteurerchronik würde sich die Gildenangestellte kümmern. Nach Goblin Slayer Band 1, deutsche Fassung der Altraverse GmbH, erste Auflage, Seite 16. Woher könnte dieser Abenteurerbogen nur stammen? Habt ihr im Hintergrund gesehen? Ich habe euch einen Abenteurerbogen von D&D einfach mal mit eingeblendet und ein paar Sachen darin markiert, als ich es vorgelesen habe. Schaut hier nochmal bitte genauer drauf. Alle Sachen, die in der Textstelle erwähnt sind, kann man auch auf dem offiziellen Bogen von Dungeons & Dragons finden. Der Priesterin stellen sich an dieser Stelle eigentlich die üblichen Fragen, die man bei der Erstellung eines Charakters für sich beantworten muss. Die Gildenangestellte hilft ihr dann nur noch beim Ausfüllen ein paar etwas schwierigerer Sachen, aber im Grunde ist dies 1 zu 1 wie die Vorbereitung auf ein Tischrollenspiel. Auf dnddeutsch.de, einem Blog der sich rund um Dungeons & Dragons auf Deutsch dreht, gibt es im Übrigen eine schöne Ausfüllhilfe für den Charakterbogen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir zu den Gesinnungen. Zuerst einmal eine Erklärung, was ist denn überhaupt eine Gesinnung? Die Gesinnung ist eine Charaktereigenschaft in Dungeons & Dragons, wie etwa das Alter, das Geschlecht, die Rasse, die Klasse und so weiter. Die Charaktereigenschaft selbst teilt sich in zwei Teile. Ein Charakter ist auf der einen Seite gut, neutral oder böse und auf der anderen Seite ist ein Charakter gleichzeitig entweder rechtschaffen, neutral oder chaotisch. Das Ganze klingt etwas verwirrend, dieses Bild dürfte für etwas mehr Klarheit sorgen. Das Pathfinder-Wiki bietet hier eine schöne Erklärung für die verschiedenen Gesinnungen an, ein Link in der Videobeschreibung. Auch im Goblin Slayer scheint ein solches Konzept zu existieren. In Band 2 der Light Novel bzw. Folge 5 des Anime begleiten wir die Gildenangestellte zu einem Interview mit einer Gruppe Abenteurer. Da die Gildenangestellte mit Ärger rechnete, bat sie den Goblin Slayer um seine Hilfe als Aufpasser bei einem Gespräch. Es geht bei dem Gespräch um einen Rehaspäher, der seine Gruppe betrogen hat und daher von der Gilde suspendiert und herabgestuft wurde. Nach dem Gespräch ist die Angestellte sichtlich erleichtert und sagt den folgenden Satz. Es gibt viele Arten von Abenteurern, von denen, die im Sinne der Gerechtigkeit handeln, bis hin zu jenen, die nichts weiter als Chaos stiften. Aus Goblin Slayer Band 2, deutsche Fassung der Altra-Mess, geben wir erste Auflage, Seite 45. Die deutsche Fassung versteckt die Gesinnungen ein wenig und umschreibt das Ganze etwas, was ich sehr spannend finde. Die, die im Sinne der Gerechtigkeit handeln, sind als rechtschaffend gut und die, welche nur Chaos stiften, als chaotisch böse einzuordnen. In der englischen Fassung ist man hier etwas direkter, daher noch schneller ein Auszug. There are certainly all kinds of adventurers, from lawful good to chaotic evil. Aus Goblin Slayer Vol. 2, englische Fassung von Yenpress LCC, erste Auflage. Wer weiter oben gut aufgepasst hat, wird vielleicht bemerkt haben, dass sich Yenpress bei der Übersetzung direkt beim Terminus, bekannt aus Dungeons & Dragons, bedient hat. Dabei ist lawful good, die englische Bezeichnung für rechtschaffend gut und chaotic evil ist chaotisch böse. Ich fand das irgendwie toll, dass die das so direkt übersetzt haben. Solltet ihr den Goblin Slayer selbst gelesen haben, wird euch sicher aufgefallen sein, dass im Goblin Slayer die Maße von Räumen in den Dungeons in Fuß angegeben sind. In der amerikanischen Fassung wäre dies sicher nichts Besonderes, aber auch in der deutschen Fassung wurden die Maße in Fuß teilweise beibehalten. Fuß sind eine imperiale Maßeinheit und eigentlich nichts, was wir in unseren Breiten verwenden. Bei uns gilt ja das metrische System. Allerdings hat auch diese Maßeinheit wieder etwas mit Dungeons & Dragons zu tun. Da D&D ja ein amerikanischer Spiel ist, misst man dort eben alles in Fuß und Inches. Ein Dungeon teilt sich beispielsweise immer in Felder auf. Jedes dieser Felder misst genau 5x5 Fuß. Für die deutsche Fassung greift man für die Felder auf Meter zurück, so entspricht ein Feld 1,50 Meter. Hakagyo hat für seine Light Novel auch noch andere Elemente aus den Rollenspielen entnommen. Manche Sachen sind aber so nicht direkt erkennbar, weil sie etwas abstrahiert dargestellt werden. Ich vermute mal einfach, damit das Ganze nicht zu sehr nach einem Videospiel oder ähnlichem klingt. Schauen wir uns als nächstes an, was uns die Welt des Goblin Slayers zum Thema Erfahrungspunkte an die Hand gibt. Um das, was sie Erfahrungspunkte nennen, zu erhalten, prüft die Gilde drei Kriterien. Zum einen sind da die Beiträge, die ein Abenteurer zur Gesellschaft leistet. Zum anderen werden natürlich die bisher von einem Abenteurer angesammelten Belohnungen berücksichtigt. Das letzte Kriterium, den Charakter eines Abenteurers, prüft die Gilde in einem Interview. Nach Goblin Slayer Band 1, deutsche Fassung der Altreverse Game Boy, erste Auflage, Seite 97. Jeder, der schon mal ein Videospiel in der Hand hatte, wird sie kennen. Die guten alten Erfahrungspunkte. Sie werden für das Buch allerdings etwas mysteriöser gestaltet, als eine bloße Zahl zu sein. Natürlich gibt es das Konzept der Erfahrungspunkte auch in Dungeons & Dragons. Mein Kollege Ketsub sagte mir dazu, dass es auf den GMern kommt, wie man Erfahrungspunkte bekommt. Für jedes Monster erhält man Punkte, die offiziell dokumentiert sind. Aber viele GMs geben auch gerne Punkte an die Abenteurer aus, wenn diese einen bestimmten Meilenstein erreicht haben. Dabei könnte das, was die Gildenangestellte als Beiträge zur Gesellschaft bezeichnet, durchaus auf eine Art Meilenstein passen, den ein Abenteurer erreicht hat. Die bisherige Gesamtsumme der Belohnungen dürften die Erfahrungspunkte für die besiegten Monster und vielleicht auch der Wert der gesammelten Schätze sein. Eine Bewertung des Charakters für einen Rangaufstieg findet in D&D allerdings nicht statt. Hier hat sich der Autor eine kleine kreative Freiheit gelassen, damit das System besser in eine Gilde passt. Auf der gleichen Seite wie zuvor erhalten wir von der Gildeangestellten noch mehr Informationen zum System der Gilde. Sie erklärt uns die Ränge, die ein Abenteurer haben kann. Hier also ein indirektes Zitat, wir steigen in den Rängen vom niedrigsten zum höchsten auf. Rang Nummer 10 ist Porzellan, Rang Nummer 9 ist Obsidian, Rang Nummer 8 ist Stahl, Rang Nummer 7 ist Zaphir, Rang Nummer 6 ist Smaragd, Rang Nummer 5 ist Rubin, Rang Nummer 4 ist Bronze, Rang Nummer 3 ist Silber, Rang Nummer 2 ist Gold und der höchste aller Ränge mit Rang 1 ist der Platinrang. Ich habe noch eine etwas interessante Theorie in einem Video von Tabletop Nephilim entdeckt. Einen Link zu dem Video habe ich euch auch in die Beschreibung getan. Hier ist vor allem die Aussage im Bereich von 48 bis 1 Minute 8 interessant. Ich habe euch hier mal einen Ausschnitt. Das Ganze nochmal auf Deutsch für euch. Als nächstes müssen wir uns Gedanken über seine Klasse und noch wichtiger sein Level machen. Goblin Slayer hat ein Rangsystem für seine Abenteurer, das sich aus 10 Rängen zusammensetzt. Diese können wir herunterbrechen auf 2 Level pro Rang. Also wäre Porzellan das Level 1 und 2, Obsidian wäre das Level 3 und 4 und Silber, der Rang des Goblin Slayers, wären die Level 15 und 16. Hier ist noch anzumerken, dass man in Dungeons & Dragons maximal das Level 20 erreichen kann. Mir gefällt die Theorie an und für sich ganz gut. Ob sie für euch so stimmt, stelle ich einfach mal so in den Raum. Es macht aber zumindest vielleicht im Kontext des Goblin Slayers irgendwo Sinn, wenn man sich das Rangsystem und das Levelsystem mal anschaut. Magie im Goblin Slayer. Bei der Magie nimmt es der Autor auch ziemlich genau mit dem Regelwerk. Zumindest wenn es um die Grundzüge der Funktionen geht. Denn Magie funktioniert im Goblin Slayer in etwa genauso wie in Dungeons & Dragons und folgt ähnlichen Regeln. Statt wie aus vielen RPGs bekannt auf Magiepunkte zu setzen, setzt man bei Dungeons & Dragons auf ein System, das einfacher verständlich ist und weniger Rechnen erfordert. Jeder der Zauber wirken kann, hat ein Limit wie viele Zauber er an einem Tag wirken darf. So muss man nur im Auge behalten, wie viele Zauber man an einem Tag noch übrig hat. Dies dient wohl vor allem der Vereinfachung der magischen Klassen. Der Goblin Slayer setzt auf das gleiche System. Man liest an vielen Stellen während der taktischen Besprechung der Gruppe des Goblin Slayers, dass er sich erkundigt, wie viele Zauber der Schamane, Mönch und die Priesterin heute noch haben. Allerdings macht es sich der Autor beim Goblin Slayer noch etwas einfacher, was die Magie gegenüber Dungeons & Dragons angeht. Vermutlich würde das vollkommen gleiche System die Geschichte zu sehr stören. In Dungeons & Dragons gibt es noch den Zusatz, dass sich die Magie in verschiedene Ränge aufteilt, von 0 bis 9. 0 ist der niedrigste Rang und 9 der höchste. Je nach Zauber ist auch eine Vorbereitung und Material notwendig. Die Menge an Zaubern, die man an einem Tag ausführen darf, ist in Dungeons & Dragons je nach Level des Abenteurers, der Klasse und dem Rang des Zaubers unterschiedlich. Hier mal eine Tabelle der Klasse des Klerikers, die euch zeigt, in welchem Level er wie viele Zauber eines Ranges wirken darf. Völker und Klassen Beginnen wir bei den Völkern. Nur eine Sache vorweg, der Autor nimmt sich hier ein paar mehr Freiheiten als bei anderen Sachen. Die Charaktere geben sich, typisch für Anime, sehr Japanisch, was ein bisschen mit dem Fantasy Setting und der Welt von D&D bricht. Aber es ist nun mal eine Light Novel, nicht wahr? Auch muss man an der einen oder anderen Stelle die ein oder andere Modifikationen durchführen, damit alles ins Regelwerk passen würde. Es stellt sich also noch die Frage, wie viel davon tatsächlich beispielsweise aus D&D und wie viel der Fantasie des Autors und seiner Erfahrung mit Tabletop entspringt. Das Ganze hier ist also mehr ein Erklärungsversuch meinerseits, die Charaktere und die Rassen in die Regeln von Dungeons & Dragons einzufügen, als alles andere. Ihr könntet durchaus zu einem anderen Ergebnis kommen als ich. Daher lasst uns darüber gerne in den Kommentaren diskutieren und uns austauschen. Ich denke zum Volk der Menschen muss ich nicht wirklich viele Worte verlieren, oder? Menschen sind nun mal Menschen mit allen Facetten, die dazugehören. Sie glauben in beiden Welten an verschiedene Götter, leben in Städten oder auf dem Land, in Gesellschaften zusammen. Wie man sich Menschen eben vorstellen würde, so weit, so unspektakulär. Mit vielleicht dem einen Unterschied zu unserer heutigen Gesellschaft, dass die Leute dort bereits mit 15 Jahren als Erwachsen zählen. Als nächstes haben wir die Reha. Man kann diese wohl am ehesten mit den bekannten Halblingen vergleichen. Viel erfährt man in den Noveln über diese Rasse bisher nicht. Außer, dass der Meister des Goblinslayers ein Reha war und es ein paar Abenteurer dieser Rasse gibt. Sie sind kleiner als Menschen und sind meist die Ersten, die verdächtigt werden, etwas gestohlen zu haben. Etwas, das diese etwas rassistischen Gedanken aber stützt, ist, dass die Halblinge aus dem Dungeons & Dragons Regelwerk vor allem leichtwüßig sind und sich leicht verstecken können. Ein Vergleich zur D&D zu ziehen, ist hier relativ schwer, da man kaum etwas über die Reha weiß. Von der Größe und Statur scheint es aber zu passen. Zu den Elfen kann ich wieder etwas mehr sagen, da wir durch die Hochelfenbogenschützin einen Einblick in diese Rasse bekommen. Wie im Goblinslayer immer wieder klargestellt wird, sind die Elfen besonders anmutig und schön. Eine Eigenschaft, die sie mit ihren Brüdern und Schwestern aus Dungeons & Dragons teilen. Dazu gehören auch die charakteristischen spitzenlangen Ohren. In beiden Welten können die Elfen im Dunkeln sehen. Auch andere Charakterzüge sind direkt aus Dungeons & Dragons entnommen. Elfen werden in beiden Welten sehr alt, wobei die genauen Spannen variieren. Während Elfen laut dem D&D-Regelwerk gut 750 Jahre alt werden, sind es im Goblinslayer mehrere Tausende. Unsere Hochelfenbogenschützin ist ja auch schon über 2000 Jahre alt. In beiden Welten leben die Elfen so gut wie ausschließlich im Wald. Nur einige wenige von ihnen verlassen diesen, um Abenteurer zu werden und ihre Neugierde zu befriedigen. Andere Eigenschaften, die in beiden Welten vorhanden sind, wären ihre Hochnäsigkeit und die Verachtung oder vielleicht fast schon ein Hass auf die Zwerge. Auch wenn diese im Regelwerk von D&D nicht ganz so deutlich wird wie im Goblinslayer. Aber auch die Elfen in D&D wissen, ähnlich wie unsere Bogenschützin, die Qualitäten der Zwerge zu schätzen, wenn es darauf ankommt. Die Bogenschützin ist dabei eher eine der offenen Hochelfen, die unter den Menschen lebt und weniger hochnäsig, aber sehr neugierig und fasziniert von der Welt um sie herum. Kommen wir zu den Zwergen. Diese sind sowohl in D&D als auch im Goblinslayer das, was man als typisch Fantasy bezeichnen würde. Klein und stämmig in ihrer Statur erkennt man sie sehr schnell. Sie sind kleiner als Menschen, aber größer als Halblinge. Natürlich haben sie alle in jeder Welt sehr markante Werte. Ähnlich wie die Elfen können auch sie im Dunkeln sehen. Sie leben länger als Menschen, nach dem Regelwerk von D&D werden diese gut 350 Jahre alt. Unser Schamane aus dem Goblinslayer ist im Übrigen 107 Jahre alt. Auch die Zwerge sind in beiden Welten nicht sonderlich begeistert von den Elfen, können sie aber aushalten, wenn es gegen einen gemeinsamen Feind wie etwa Goblins und Orks geht. Vielmehr kann ich euch zu den Zwergen leider nichts sagen. Außer, dass sie wohl wie unser Schamane Alkohol nicht abgeneigt sind und vermutlich in beiden Welten, in Gebirgen oder unter der Erde leben und hervorragende Schmiede sind. Zwei weitere eher exotische Rassen habe ich auch noch für euch. Fangen wir bei der an, die vielleicht noch eher in einem typischen Fantasy Setting zu sehen wäre. Den Echsenmenschen. Diese kann man am ehesten mit dem Lizardvolk aus D&D vergleichen. Dieses Volk ist nicht im Hauptregelwerk enthalten, sondern ist in Volos Alma nach der Monster zu finden. Also in Dungeons & Dragons eigentlich eher ein Volk, das gegen die Spieler kämpft. Aber hey, warum nicht mal freundliche Echsenmenschen? Gemeinsam haben die Echsen in beiden Welten natürlich ihr Äußeres. Beide sind sehr schuppig, haben einen kräftigen Schwanz und Klauen, die sie auch zum Kämpfen verwenden können. In D&D sind diese etwa so groß wie Menschen. Sie werden in der Kategorie Mittelgroß eingeordnet. Unser Exemplar im Goblin Slayer ist leicht größer als seine mitreisenden Menschen und Elfen. Beide Völker haben auch gemein, dass sie ein eher seltener Anblick für die anderen sprechenden Völker sind, da sie sich nicht oft unter andere Leute mischen. Sollten sie sich doch mal mit einem anderen Wesen zusammentun, sind sie gute, loyale Weggefährten und das in beiden Welten. Auch die Verehrung für ihre Ahnen ist etwas, das das Lizardvolk und unser Echsenmensch als Eigenschaft teilen. Mehr kann ich euch zu den Echsenmenschen aber auch nicht sagen, da weder der Goblin Slayer noch die D&D-Regeln hier wirklich viel zu den Hintergründen hergeben. Als letztes habe ich euch noch die Rasse der Petfoot. Es handelt sich bei dieser Rasse um eine Art Tier-Mensch-Hybriden. Die Spanne reicht dabei von typischen Katzenmädchen mit Katzenohren und Schwänzen, die sonst aber sehr menschlich wirken, über Leute, die schon fast ein tierisches Äußeres haben, mit Hundegesicht und ähnlichem, bis hin zu Full-Furry-Wesen mit dem ganzen Flausch, der dazugehört. Ich brauche hier wohl nicht sagen, dass dies etwas ist, das der Fantasie des Autos entsprungen ist. Im Regelwerk von Dungeons & Dragons ist eine solche Rasse nicht zu finden. Die Klassen Widmen wir uns als nächstes den Klassen im Goblin Slayer oder eher, in welche Klassen man unsere Abenteurer zuordnen könnte. Praktischerweise heißen die Leute wie der Job, den sie haben. Wobei ich mich manchmal frage, ob die Figuren dann den Namen ändern, wenn sie den Job wechseln. Das ist aber ein Gedanke für ein andermal. Dabei möchte ich mich auf unsere kleine Heldengruppe beschränken, um mir ein Bild von der Umsetzung der Klassen zu machen. Alles andere würde doch den Rahmen des Artikels sprengen. Schauen wir uns erstmal meine Einordnung an, die ich mithilfe einiger Videos und den Handbüchern und etwas Hilfe von Kollegen vorgenommen habe. Der Goblin Slayer. Sicher der interessanteste Charakter, da er eine Mischung aus Barbar, Waldläufe und einem Schurken ist. Dabei ist der Goblin Slayer so kompliziert, dass ich gar nicht den Versuch wagen will, ihn euch genauer zu erklären. Ich will euch an dieser Stelle an zwei Videos verweisen. Das eine stammt vom vorhin schon erwähnten Tabletop Nephilim und das andere, etwas ausführlichere, stammt vom YouTuber EMB. Beide sind wirklich einen Blick wert. Ich habe sie euch beide in der Beschreibung verlinkt. EMB erklärt in seinem Video einen möglichen Bild des Goblin Slayers besser, als ich es je könnte. Beide Videos haben aber die Kombination der Klassen gemein, wenn auch in verschiedenen Kombinationen. Die Priesterin. Die Priesterin habe ich als Klerikerin eingeordnet. Den klassischen Priester, bekannt aus vielen verschiedenen Videospielen, gibt es in D&D nicht, aber die Kleriker sind das, was am nächsten dran ist. Die Priesterin glaubt an die barmherzige Erdmutter und spezialisiert sich mit ihren Wundern vor allem auf das Beschützen der Mitstreiter und das Heilen. Die Domäne ist die Ausrichtung eines Klerikers. Bei unserer Priesterin müsste man sie einer Domäne zuordnen, die das Tragen schwerer Rüstungen erlaubt und das vor allem ohne, dass sie dafür Abzüge erhält. Ein Kettenhemd, das unsere Priesterin ja im Anime gekauft hat, gilt in Dungeons & Dragons nämlich als schwere Rüstung. Dies schränkt unsere Auswahl an Domänen etwas ein. Ich habe sie der Einfachheit halber mal der Naturdomäne zugeordnet, da sie an die barmherzige Erdmutter glaubt, was durchaus eine Naturgottheit ist, würde ich sagen. Über den Punkt kann man sich sicher streiten, es ist aber auch nicht so wichtig, welcher Domäne sie angehört, denn für ihre Zauber ist es im Grunde egal. Bis Band 4 hat die Priesterin vier Wunder zur Auswahl. Heilung. Dieses hier ist relativ einfach. Die Wirkung des Zaubers entspricht am ehesten dem Zauber aus D&D Wunden heilen. Ein Zauber des Ranges 1. Zwei davon darf die Priesterin schon auf dem ersten Level lernen. Der Zauber heilt je nach Würfelergebnis eine bestimmte Menge TP. Im Goblin Slayer Anime heilt dieser Zauber Wunden. Heiliges Licht. Im Goblin Slayer Anime wird deutlich, dass es ein heller Lichtblitz ist, der die Gegner blendet. In D&D entspricht dies am ehesten wohl dem Zauber Licht in einer kleinen Abwandlung. Ähnlich wie in der Serie bzw. Light Novel muss ein Kleriker für den Zauber Licht einen Gegenstand berühren. Um den Zauber ausführen zu können. Die Priesterin benutzt dafür zum Beispiel ihren Stab. Der Zauber hält dabei nach dem Regelwerk von D&D bis zu einer Stunde an und erleuchtet eine Sphäre von 6 Metern. Den Lichtblitz könnte man sich so erklären, dass die Priesterin den Zauber nach dem Einsatz wieder abbricht, was laut Regelwerk möglich ist. Da es sich bei Licht um einen Zauber des Ranges 0 handelt, ist die Priesterin direkt am Anfang in der Lage, diesen einzusetzen. Die Materialkosten für diesen Zauber, ein Glühwürmchen, werden im Goblin Slayer nicht angewandt. Schutzwall. Dieser erlaubt es der Priesterin in der Light Novel und im Anime, sich selbst oder ihre Gefährten vor Gefahren, Goblins Waffen, Pfeile, was auch immer, zu schützen. Die Magie kann auch etwas kreativer genutzt werden. Dieser Zauber ist etwas schwieriger in den D&D-Regeln zu finden. Schaut man sich den Magiebaum eines Klerikers an, bietet sich vielleicht der Schild des Glaubens an. So ganz passt der Zauber allerdings nicht. Also einer der Zauber, der mit etwas stärkeren Modifikationen daherkommt. Der Kleriker muss sich für den Einsatz auf den Zauber konzentrieren und er hat den Rang 1. Die Priesterin darf auf Level 1 bereits zwei Zauber des ersten Ranges lernen. Das passt also soweit. Bei den Wirkweisen und Effekten ist hier allerdings noch eine leichte Modifikation vorzunehmen, wenn das so funktionieren soll, wie im Anime. Was aber in beiden Sachen richtig ist, ist, dass auch die Priesterin sich auf die Aufrechterhaltung des Schutzwalls konzentrieren muss. Nach dem Regelwerk ist der Schild des Glaubens ein schimmerndes Feld, das eine Kreatur deiner Wahl umhüllt und einen Bonus von plus 2 auf die Rüstung gewährt. Man müsste den Zauber entsprechend modifizieren, dass das Feld vor dem Anwender erscheint und Schaden bis zu einem gewissen Schwellwert aufhalten kann. Man müsste auch implizieren, dass die Monster diesen nicht durchdringen können und die Materialkosten des Zaubers nach dem Regelwerk eine Schriftrolle mit Heiliger Schrift ersetzt wird durch ein Gebet. Stille. Dieser Zauber lässt die Gegner, wie der Name schon sagt, verstummen. Der Zauber funktioniert auch, wie man sich es in D&D vorstellen würde. Dort lässt er die Gegner in einem Radius von 6 Metern verstummen, so dass diese nicht kommunizieren können oder einen verbalen Zauber wirken können. In Dungeons & Dragons ist dies ein Zauber des Ranges 2. Die Priesterin sollte in ihrem Kampf mit dem Ork auch schon in der Verfassung gewesen sein, diesen Zauber einzusetzen, also mindestens Level 3 haben. Sie erzählte ja selbst, dass sie den Zauber im Tempel gelernt hat. Das Level 3 ermöglicht es dem Kleriker, zwei Zauber des zweiten Ranges zu lernen. Die Hochelfen Bogenschützin. Die Elfin ist eine auf Bogenschießen spezialisierte Waldläuferin. Die Beschreibung ist hier sehr einfach, weil sie eigentlich ein Waldläufer ist, wie er im Buche steht. Sie bevorzugt eindeutig den Wald gegenüber Höhlen und kann sich durch ihre Agilität, was vermutlich eine Spezialisierung sein wird, grazil bewegen. Dies spricht dafür, dass sie bevorzugtes Gelände der Wald ist und dass sie sich wegen der Fähigkeit sicherer Schritt gut über das Gelände bewegen kann, das für die anderen unwirksam ist. Dazu kommt bei ihr noch der Waldläufer-Archetyp Mehrfachangriff in Form des Geschosshagels. In der Light Novel und im Anime sehen wir sie ja durchaus drei Pfeile auf einmal verschießen. Ihre Fähigkeit, fallen zu entschärfen, ist eine Kombination aus Diebeswerkzeug und einem vermutlich hohen Wahrnehmungswert, passend zu einem elfischen Waldläufer. Der Zwergenschamane. Dieser wird wohl am ehesten einem Druiden entsprechen, da Dungeons & Dragons keine Schamanen an sich kennt. Anstatt einen Gott anzurufen, erfordern seine Zauber meist den Einsatz eines Gegenstandes. Da er ein Abenteurer des Silberranges ist, kann er aus vielen verschiedenen Zauber wählen. Wenn wir uns an die Levelgrenzen von vorhin halten, hat der Zwerg ein Level von 16. Er hat auch einige Zauber in seinem Arsenal, aus denen er wählen kann. Bis einschließlich Band 4 sind dies. Trunkenheit. Der Zwerg versprüht einen feinen Nebel aus Alkohol. Jeder, der diesen einatmet, wird so betrunken, dass er in Ohnmacht fällt. Am ehesten vergleichbar ist dieser Zauber mit einer Variante von Schlaf, die die gleiche Wirkung erzielt, aber für Druiden lernbar ist. Der Zauberschlaf ist für Druiden nämlich normalerweise nicht lernbar. Es ist wohl eine Abwandlung vom Schlafzauber, damit sie besser zum Zwerg passt. Die Kreaturen fallen beim Schlafzauber gut für eine Minute in einen schlafenden Zustand. Es ist ein Zauber des Ranges 1. Man müsste gegebenenfalls noch, damit es wie im Anime passt, die Dauer etwas anpassen. Verwitterung. Dieser Zauber lässt Dinge verwittern. Der Zwerg benutzt den Zauber, um flüssigen Zement schnell trocknen zu lassen. Dazu habe ich leider nichts Passendes im Regelwerk finden können. Am ehesten ist vielleicht noch irgendeine Art Zeitmagie denkbar. Tunnel. Ja, der Zauber gräbt einfach nur einen Tunnel. Hier gibt es nichts Passendes aus dem Regelwerk. Ich meine, er gräbt einfach nur magisch einen Tunnel. Wenn ihr was habt, lasst es mich wissen. Fallkontrolle. Dieser Zauber manipuliert die Schwerkraft, um den Fall von Gegenständen oder Menschen zu kontrollieren. Am ehesten dürfte der Zauber Schwerkraft umkehren hier gut passen. Ein Zauber des 7. Grades. Man könnte damit wie im Kampf gegen den Goblin Champion die Schwerkraft manipulieren, um einen großen Felsen in die Decke stürzen zu lassen und die Feinde unter einem Schuttregen zu begraben. Der Zauber dreht nach den Regeln von D&D die Schwerkraft innerhalb eines 100 Fuß hohen Zylinders für eine Minute um. Auch hier müsste man gegebenenfalls etwas anpassen, damit es 100%ig zum Anime passt. Geister Wand. Dieser Zauber erschafft eine Wand aus Erde, die anders als der Schutzwall eine physische Form hat, aber ähnlich funktioniert. Ein ähnlicher Zauber aus dem Dungeons & Dragons Universum dürfte wohl der Rang 5 Druiden Zauber Steinwand sein. Dabei erzeugt der Druide eine Steinwand aus 10 Platten mit 3x3 Metern und 15 cm Dicke. 3x6 Meter wären ebenfalls möglich, wenn die Wand halb so dick ist. Somit würde die Wand genug Platz bieten für alle unsere Helden, um sich vor dem Blick des Betrachters zu schützen. Mehr allerdings zu diesem noch später. Man müsste den Zauber nur vielleicht etwas abwandeln, dass die Mauer aus Erde statt aus Stein besteht. Auch hat der Autor hier natürlich wieder Material gespart, das eigentlich notwendig wäre. Der letzte Zauber des Zwerges, Steinhage. Der Zwerg erzeugt aus Lehm kleine Steine, die dann auf den Gegner geschossen werden, um Schaden auszuteilen. Bei diesem Zauber könnte es sich um eine Abwandlung des D&D Zaubers magischer Stein handeln. Es handelt sich dabei um einen Zauber des Ranges 0, den auch ein Druide lernen kann. Laut Beschreibung kann der Magiewirker damit bis zu 3 Steinchen magisch verzaubern und kann dann einen Zauberangriff über 60 Fuß ausführen. Man müsste den Zauber entsprechend modifizieren, dass er statt Steinchen Lehm verwendet und vielleicht doch einen höheren Rang geben, um eine größere Menge Steine oder einen großen Stein erzeugen zu können. Der Echsenmenschenmönch Kommen wir als letztes noch zum Echsenmenschenmönch. Dieser wird ein bisschen schwieriger zu erklären, denn ein Mönch funktioniert in Dungeons & Dragons einfach um einiges anders als der Echsenmensch, den wir im Goblinslayer gezeigt bekommen. Man müsste die Mönchklasse aus dem Regelwerk stark modifizieren, um das Ergebnis zu erhalten. Andernfalls wäre es auch möglich, dass der Echsenmenschenmönch eine Multiklass hat. Am ehesten wäre er allerdings noch ein Mönch, der den Weg des Astralen selbst beschritten hat. Um ehrlich zu sein geht das ein bisschen über mein Wissen hinaus, also nur eine Erklärung, was der Echsenmenschenmönch kann und einen Versuch, das den Zaubern von D&D zuzuordnen. Man müsste aber auch den Weg des Astralen selbst etwas modifizieren. Kommen wir zu seinen Zaubern. Bis Band 4. Der Drachenzahnkrieger Mit Reißzähnen als Katalysator kann der Echsenmensch einen Drachenzahnkrieger als Vertrauten beschwören. Beschwörungen gibt es natürlich auch in Dungeons & Dragons. Dazu muss man allerdings auf das Extra-Regelwerk Tasha's Cauldron of Everything zugreifen. Dort gibt es den Zauber Summon Beast und ein paar andere. Leider kann ich euch dazu nichts Genaues sagen, da ich das passende Regelwerk nicht zur Hand habe. Erfrischung Ein Heilzauber, der stärker ist als das Heilen der Priesterin. Vermutlich hat sich der Autor hier einfach verschieden starker Varianten von Wundenheilen bedient. Einem Zauber, der bei Berührung einer Anzahl von Punkten abhängig vom Würfel heilt. Normalerweise ist dies eigentlich nur ein Rang 1 Zauber, aber man kann den Zauber verstärken, indem man ihn auf einem höheren Rang wirbt. Damit könnte sich auch der Unterschied zwischen dem Heilen der Priesterin und der Erfrischung des Echsenmenschenmönchs erklären lassen. Scheinrache Ein Wunder, dass den Echsenmenschenmönch für kurze Zeit stärker werden lässt. Also ein Zauber, der seinen Stärkewert anhebt. Hierbei könnte es sich, wenn wir uns auf dem Weg des Astralen selbst besinnen, um die Arme des Astralen selbst handeln. Dadurch kann man bei Würfen die Stärke erfordern, stattdessen seinen Weisheitsmodifikator verwenden. Ein wichtiger Wert für Mönche und daher wohl auch beim Echsenmenschen einer der höchsten Werte. So könnte man sich seinen Stärkeboost erklären, weil sein Weisheitsmodifikator größer ist als ein Stärkemodifikator. Als letztes haben wir noch die Schafklinge. Mit Reißzähnen als Katalysator kann eine Klinge geschaffen werden. Soweit ich gesehen habe, hat die Indy keine Möglichkeiten eine Waffe zu beschwören. Allerdings kann man sich hier, dank des Lizardvolks, eine Erklärung zusammenreimen. Das Lizardvolk ist nämlich in der Lage, in einer kurzen Pause Materialien von einem erbeuteten Monster zu nutzen, um verschiedene Sachen herzustellen, zum Beispiel ein Schild oder eine Keule. Mit etwas Anpassung ist das Kreieren eines Schwertes für den Echsenmenschen, also im Rahmen des Möglichen. Und wo wir gerade bei Rassen und Klassen sind, habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie sich ein Zwerg, ein Mensch, eine Elfe und ein Echsenmensch einfach so untereinander unterhalten können? Man könnte das Ganze jetzt einfach auf Anime-Logik schieben. Schließlich kann jeder in einem Anime immer japanisch. Ganz so einfach ist es hier aber nicht. Die Welt des Goblin Slayers hat ein paar verschiedene Sprachen, die die Kommunikation zwischen den Völkern erschweren können. Schauen wir dafür mal in Kapitel 5 des ersten Bandes der Light Novel. Direkt zu Beginn fragt die Hochelfen-Bogenschützin die Gildenangestellte nach einem gewissen Orke-Bolk. Zu dem Namen übrigens später mehr. Die Gildenangestellte hatte einen solchen Namen allerdings noch nie gehört und fragte sich kurz, ob das Wort vielleicht elfisch sein könnte. Der Zwergenschamane zieht die Elfe daraufhin auf, dass nicht jeder elfisch kann. Auch den zwergischen Namen Bartschneider der gesuchten Person kannte die Gildenangestellte nicht. Es war der Echsenmenschenmönch, der durch seine rudimentären menschlichen Wortkenntnisse Licht ins Dunkle brachte. In Dungeons & Dragons sind Sprachbarrieren durchaus ebenfalls ein Problem. Es existiert dort allerdings ein Konzept, das auch wohl so etwa im Buch seine Anwendung findet und eine Kommunikation der verschiedenen Völker ermöglicht. In Dungeons & Dragons gibt es eine Standardsprache, die fast jedes Wesen auf der Welt spricht und es somit ermöglicht, dass sich ein Mensch, ein Elf und ein Zwerg relativ einfach unterhalten können. Die Sprache nennt das Regelwerk in D&D Gemeinsprache. Kommt es aber zu Spezialwörtern wie Orgbolg, was nun mal elfisch ist oder dem Bartschneider, was zwergisch ist, kommt die menschliche Gildenangestellte damit nicht zurecht, weil sie diese Sprachen nicht kann. Die Monster im Goblin Slayer Widmen wir uns doch als nächstes noch den Monstern, die uns in Goblin Slayer begegnen. Auch hier hat sich der Autor bei den klassischen Fantasy-Rollenspielen bedient. Wobei bedient fast schon falsch klingt. Die Monster werden in Goblin Slayer äußerst authentisch wiedergegeben, wenn man sie mit den Beschreibungen aus dem Monsterhandbuch von Dungeons & Dragons vergleicht. Im Laufe des Anime und der Novels, die dazu passen, bekämpft der Goblin Slayer mit seiner Truppe nicht allzu viele verschiedene Monster. Eine kurze Liste. Wir haben normale Goblins, Hopgoblins, Goblin Champions, den Goblin König, einen Ogre, den Betrachter und das ist auch schon alles, was der Goblin Slayer und seine Truppe in den zwei Bänden bekämpft haben. Wenn man mal von den Ratten und Schaben in der Kanalisation absieht, die die beiden Anfänger in Band 4 bekämpft haben. Diese Monster ignoriere ich einfach mal. Auch den Ogre ignoriere ich hier mal gekonnt, weil man dazu nicht allzu viel in der Novel erfahren hat. Ich bin mir allerdings sicher, dass auch dieser sehr nahe im Monsterhandbuch geschrieben wurde. Fangen wir doch mit dem Klassiker der Serie an, den Goblins. Für die Monster machen wir das ganze Spiel mal umgekehrt und schauen, was in den D&D Büchern steht und schauen dann in die Novel bzw. den Anime. Zuerst einmal an dieser Stelle, wie die fünfte Edition von Dungeons & Dragons die Goblins porträtiert. Soweit nicht anders im Zitat vermerkt, stammen die Zitate aus dem Monstermanual Monsterhandbuch Deutsche Fassung von Ulysses Spiele GmbH 7. Auflage Seite 142. Goblins sind kleine, verkommene, egoistische Humanoide, die in Höhlen, verlassenen Minen, ausgeplünderten Gewölben und anderen elenden Orten hausen. Goblins sind für sich genommen schwach, versammeln sich aber in großer, oft überwältigender Zahl. Sie gieren nach Macht und missbrauchen oft die Autorität, die sie erhalten. Für den ersten Teil will ich nicht mal ein Zitat aus der Novel bemühen. Im Goblins Slayer wird schnell klar, dass Goblins sich entweder in Höhlen verlassenen Festungen, Minen oder anderen abgelegenen Gebieten niederlassen. Dass Goblins alleine eher schwach, aber in Gruppen sehr gefährlich sein können, das wird uns im Goblins Slayer sehr schnell klar. Schaut dafür doch einfach mal in Kapitel 1. Dies war auch der Grund, weshalb die Gildenangestellte so zögerlich reagierte, als die blutigen Anfänger den Auftrag zur Vernichtung des Goblinnests annahmen. Sie versuchte die Abenteurer davon zu überzeugen, einen anderen Auftrag anzunehmen, aber scheiterte damit. Goblins selbst, führt die Novel aus, sind von ihrem Körperbau, ihrer Intelligenz und Stärke mit einem menschlichen Kind vergleichbar. Nur sind Goblins mordlustig und schwer bewaffnet und wollen nur Schlimmes anrichten. Ein einzelner Goblin wäre kein Problem, aber 15, wie im Falle des ersten Kapitels, sind eine andere Geschichte. Nach Goblins Slayer Band 1, deutsche Fassung der Alt-3-Wers-GmbH, erste Auflage, Seite 30. Weiter mit D&D. Goblinoide. Goblins gehören zu einer Kreaturenfamilie, die Goblinoide genannt wird. Ihre großen Vettern, Grottenschrate und Hobgoblins mögen es, Goblins bis zur absoluten Unterwürfigkeit einzuschüchtern. Goblins sind faul und undiszipliniert, was sie zu schlechten Dienern, Arbeitern und Wachen macht. Dass Goblins nicht gerade die motiviertesten Arbeiter aller Zeiten sind, dürfte euch vielleicht geläufig sein. Dass sie manchmal etwas Motivation brauchen, damit sie überhaupt etwas tun und dann auch nur widerwillig, zeigt sich zum Beispiel bei der Bergfestung in Kapitel 4 des ersten Bandes. Die Goblins feierten hier ausgelassen nach einer erfolgreichen Jagd. Alle Goblins? Nein. Nur ein Goblin musste hier Wache schieben. Der Goblin wollte das natürlich nicht freiwillig tun und wurde dazu verdonnert, heißt es im Buch. Nach Goblins Slayer Band 1, deutsche Fassung der Alt-3-Wers-GmbH, erste Auflage, Seite 89. Auch der Ogre, dem unsere Helden in Kapitel 9 des ersten Bandes begegnen, ist wenig begeistert von seinen Untertanen. Als er auftaucht und sieht, dass alle Goblins schlafen, sagt er nur, mir kamen die Goblins schon seltsam ruhig vor. Sie sind wirklich unnütz. Nach Goblins Slayer Band 1, deutsche Fassung der Alt-3-Wers-GmbH, erste Auflage, Seite 165. Weiter mit dem Vergleich in D&D. Bösartige Freude Goblins sind von Gier und Bosheit angetrieben und können nicht anders, als die wenigen Male zu feiern, die sie die Oberhand haben. Sie tanzen und springen vor schierer Freude, wenn sie gewonnen haben. Sobald ihre Freude endet, erfreuen sich Goblins daran, andere Kreaturen zu quälen und genießen verschiedene Formen der Bösartigkeit. Diese Eigenschaft der Goblins zeigt sich über die Bücher und den Anime immer wieder. Ist es doch das, was die Goblins auszeichnet? Hier gebe ich euch gleich zwei Stellen aus den Light Novels als Beispiel, dass der Autor auch hier die Goblins wieder gut einfängt. Die erste stammt wieder aus Kapitel 4 des ersten Bandes. Darin haben die Goblins eine Gruppe Abenteurer erledigt, die gerade in ihre Bergfestung eindringen wollten und haben dann schön gefeiert. Nach drei Tagen und Nächten des Feierns waren die Goblins äußerst zufrieden. Die einst prunkvolle Halle stank nach den Leichen ihrer Opfer, die verstreut in der Gegend herumlagen. Unter ihnen waren auch die Überreste des verschleppten Mädchens und die der vier Abenteurer, die gekommen waren, um sie zu erledigen. Die hoch erfreuten Goblins hatten allerlei Spaß mit ihnen im Laufe der Festlichkeiten gehabt. Sie waren Träger des Stahlranges gewesen, dem achthöchsten der Abenteurer-Ränge, aber jetzt waren sie nichts weiter als leblose Klumpen aus Fleisch. Aus Goblinslayer Band 1, deutsche Fassung der Altraverse GmbH 1. Auflage, Seite 86 leicht gekürzt. Auch etwas später, als unsere Helden in Kapitel 7 des ersten Bandes mal wieder ein Goblin-Nest erledigen, zeigt sich die grausame Seite der Goblins und was diese zum Spaß mit ihren Gefangenen einstellen. Diesmal hatten sie sich in einer Ruine breitgemacht und sich dort eine Elfe geschnappt. Unsere Truppe findet sie dann in der Kloake des Nests vor. In einer Ecke des Raumes hing eine angekettete Gestalt. An ihren Gliedmaßen waren zahlreiche Narben zu erkennen. Da sie sich nicht richtig bewegen konnte, waren ihr wohl die Sehnen durchgeschnitten worden. Es handelte sich um eine Elfe. Obwohl sie schmutzig und abgemagert war, hatte ihre linke Körperhälfte immer noch eine gewisse Schönheit bewahrt. Ihre rechte Seite hingegen, die ehemals weiße Haut, war aufgrund der vielen blauen Beulen nicht mehr zu sehen und Auge und Brust waren komplett zerstört. Die Goblins mussten sie zu Unterhaltungszwecken gefoltert haben. Aus Goblinslayer Band 1, deutscher Fassung der Altraverse GmbH, erste Auflage, Seite 148. Ich denke viel mehr muss ich zu dieser Eigenschaft der Goblins gar nichts sagen. Der Autor nimmt aber ebenso wenig kein Blatt vor den Mund und macht uns als Leser unverblümt klar, wie niederträchtig und verachtenswert Goblins mit ihren Gefangenen umgehen. Weiter also mit der Beschreibung aus Dungeons & Dragons. Anführer und Gefolgsleute Goblins werden von den Stärksten oder Schlauesten unter ihnen beherrscht. Ein Goblinboss könnte einen einzelnen Bau beherrschen, während der Goblinkönig oder eine Goblinkönigin, was auch nicht mehr ist als ein glorifizierter Goblinboss, Hunderte von Goblins regieren könnte, die auf mehrere Bauten verteilt sind, um das Leben seines Stammes zu garantieren. Goblinbosse sind schnell gestürzt und viele Goblinstämme werden von Hauptgoblinkriegsherren oder Grottenschrathäuptingen übernommen. Zu den Anführern will ich hier gar nicht so viele Worte verlieren, aber auch hier hat sich der liebe Hakakyu scheinbar wieder bei den Tischrollenspielen bedient. Der Goblinboss ist wohl das, was wir aus der Novel als Goblin Champion kennen. Auch einen Goblinkönig bekommen wir zum Ende des ersten Bandes der Novel und am Ende des Anime zu sehen. Die Arten passen hier wieder sehr gut auf die Beschreibung. Der einzige Unterschied zur fünften Edition ist, dass Goblins im Goblinslayer nicht weiblich sein können. Weiter mit der Beschreibung aus D&D. Rattenhalter und Wolfsreiter Goblins haben eine Affinität für Ratten und Wölfe und züchten sie als Gefährten und Reittiere. Wie Ratten meiden Goblins das Sonnenlicht und schlafen während des Tages unter der Erde. Wie Wölfe sind sie rudeliger, die durch Überzahl mutiger werden. Wenn sie vom Rücken ihrer Wölfe ausjagen, verwenden Goblins Überfalltaktiken. Ich war ehrlich gesagt etwas überrascht, das im Monsterhandbuch von Dungeons & Dragons lesen zu können. Denn vielleicht wisst ihr ja auch, dass die Goblins auch im Goblinslayer Wölfe als Gefährten und Reittiere halten. Über die Ratten ist im Buch zwar jetzt nichts erwähnt, aber sicher leben in den Nestern der Goblins einige der Viecher. Es gab zwar zuvor auch schon eine Stelle im ersten Band der Light Novel, die die Beziehung zwischen den Goblins und Wölfen beleuchtet. Aber spannender finde ich an dieser Stelle das große Finale des Anime und den letzten paar Kapiteln des ersten Bandes der Light Novel. Die Wölfe der Goblins spielen hier nochmal eine Rolle. Ebenfalls kommen auch die im Monsterhandbuch von Dungeons & Dragons erwähnten Überfallangriffe zum Tragen. Natürlich ist der Goblinslayer wieder schlauer, was das angeht. Im Anime sieht man sehr deutlich und besser, was ich meine. Daher ein Ausschnitt aus Folge 11 der ersten Staffel des Anime. Töne Es erstaunt mich immer wieder, wie schlau die Goblins doch mit einer kompetenten Führung und einer gewissen Masse vorgehen können. Eine Kleinigkeit, wo sich die Goblins aus dem Goblins-Layer von den Darstellungen im Monsterhandbuch unterscheiden, ist, dass die Goblins in der Light Novel alle grün sind, in D&D sind diese typischerweise gelb. Der Betrachter. Werfen wir doch noch einen Blick auf ein weiteres Monster, den Betrachter. Dies ist das Monster mit den vielen Augäpfeln, das unsere Truppe in Kapitel 9 des zweiten Bandes bzw. der achten Episode des Anime besiegt hat. Auch hier soll uns ein schneller Blick in das Reich von Dungeons & Dragons erstmal eine Basis für den Vergleich schaffen. Ein Blick auf einen Betrachter ist genug, um sein verdorbenes, unweltliches Wesen zu erkennen. Diese Aberrationen sind aggressiv, hasserfüllt und gierig und behandeln alle anderen Kreaturen wie niedere Geschöpfe. Sie spielen mit ihnen oder zerstören sie, wie es ihnen gefällt. Der kugelförmige Körper des Betrachters schwebt zu jedem Zeitpunkt und sein großes, glotzendes Auge sitzt über einem breiten, zahnigen Mund, während die kleinen Augenstiele, die seinen Körper krönen, sich drehen und winden, um die Feinde zu beobachten. Aus dem Monster Manual Monster Handbuch deutscher Fassung von Ulysses Spiele GmbH siebter Auflage Seite 24. Interessant ist an dieser Stelle, dass auch in der deutschen Übersetzung der korrekte Name für das Monster verwendet wurde. Dies kann man auch auf Seite 200 des zweiten Bandes genauer nachlesen. Dort meint der Zwerg zum Goblin Slayer, dass sie das am Tag zuvor entdeckte Monster als großäugiges Monster oder Betrachter bezeichnen sollten. Werfen wir noch schnell einen Blick auf die Fähigkeiten dieses Monsters. Dieses Monster hat im Grunde zwei Fähigkeiten. Die erste ist der Anti-Magie Kegel und die zweite Fähigkeit sind 10 verschiedene Augenstrahlen, die das Monster zur Verfügung hat. Das sagt das Monster Handbuch zu beiden Sachen. Anti-Magie Kegel. Das zentrale Auge des Betrachters erschafft einen Bereich der Anti-Magie wie beim Zauber Anti-Magisches Feld in einem Kegel von 45 Metern. Auch im Buch bekommt unsere Priesterin diese Anti-Magie zu spüren und ist nicht in der Lage ihre Wunder zu wirken. Als die Priesterin nämlich gerade dabei war einen Schutzwall zu wirken, wurde sie vom Blick des Monsters, begleitet von einem Schrei, nach hinten geschleudert, als hätte sie einen Schlag getroffen. Ihr wurde klar, dass gegen dieses Monster keine Wunder einsetzbar waren. Die Veteranen der Gruppe kamen dann schnell auf den Trichter, dass es sich bei der Magie des großen Auges wohl um Entzauberung handeln muss. Die Anti-Magie funktioniert im Buch genauso, wie es im Regelwerk von Dungeons & Dragons beschrieben ist. In der Beschreibung oben haben wir ja bereits gelesen, dass das Auge durch seinen Anti-Magie-Kegel den gleichen Effekt wie der Zauber Anti-Magisches Feld wirkt, nur auf eine größere Reichweite. Ein solches Anti-Magisches Feld ist ein Bereich, der von der Magie der restlichen Welt getrennt ist. So können in diesem Bereich keine Zauber gewirkt werden, beschworene Kreaturen verschwinden und auch magische Gegenstände werden darin zu normalen Gegenständen. In der Tat, ein sehr mächtiger Zauber. Interessanterweise schaffen es unsere Helden die Anti-Magie kurzzeitig abzustellen, indem sie den Betrachter blenden. Es passt also auch hier wieder zur Beschreibung, dass der Anti-Magie-Kegel tatsächlich ein Kegel ist und vom großen Auge des Monsters ausgeht. Machen wir als nächstes weiter mit den Augenstrahlen. Dungeons & Dragons sagt dazu folgendes. Augenstrahlen. Der Betrachter feuert zufällig drei der folgenden magischen Augenstrahlen ab und wählt dann drei Ziele, die er sehen kann und die sich innerhalb von 36 Metern um ihn befinden. Dabei kann das Monster in Dindy zwischen zehn Strahlen wählen, dem Bezauberungsstrahl, einem lebenden Strahl, dem Furchtstrahl, dem verlangsamenden Strahl, dem Zermürbungsstrahl, dem telekinetischen Strahl, dem Schlafstrahl, dem Versteinerungsstrahl, dem Auflösungsstrahl und dem Todesstrahl. In Bezug auf Goblinslayer ist wohl der Auflösungsstrahl am interessantesten für uns. Im Buch bezeichnen sie diesen als Zersetzung. Allerdings hat dieses Monster im Goblinslayer einen kleinen Unterschied im Gegensatz zu seinem DnD Zwilling. In Dungeons & Dragons kann das Monster nur einen zufälligen der zehn ihm zur Verfügung stehenden Strahlen auswählen. In Goblinslayer kann der Betrachter allerdings wild Licht Zersetzung einsetzen. Wir sehen also auch beim Betrachter, dass dieser in der Light Novel im Vergleich zum offiziellen Regelwerk von DnD einige Parallelen hat und ganz bestimmt von ihm inspiriert worden ist. Insgesamt sind die Monster wohl sehr nah am Quellmaterial dran. Noch etwas Trivia Bevor ich gleich zum Fazit komme, noch etwas Trivia für euch. Es hat jetzt nicht wirklich etwas mit Dungeons & Dragons zu tun, aber irgendwie fand ich diesen Fakt dennoch etwas lustig. Als sich unsere neu gefundene Truppe von Helden in Band 1 zu ihrem ersten Abenteuer aufmacht, übernachten sie in der Wildnis an einem gemütlichen Lagerfeuer. Dort erzählen die Elfe und der Zwerg dann, warum sie den Goblinslayer Org Volk bzw. Bartschneider nennen. Beide erzählen, dass dies der jeweilige elfische bzw. zwergische Name für eine Klinge ist, die blau leuchtet, wenn ein Org, elfisch für Goblins, in der Nähe ist. Die Klinge wurde geschmiedet von den Zwergen. Vielleicht kommt das den Herr der Ringe Fans unter euch bekannt vor? Kollege Ketsub wies mich hier darauf hin, dass der oben beschriebene Org Volk eine Referenz an das Schwert Sting aus dem Universum von Tolkien sein könnte. Das Schwert, das Bilbo und auch Frodo verwenden hat die Eigenart, blau zu leuchten, wenn ein Org, also kein Goblin, in der Nähe ist. Der Autor hat also an dieser Stelle einfach eine kleine Referenz gebaut, sowie einen Wortwitz. Fazit Ich denke mein kleines Essay hier macht doch sehr deutlich, wie sehr Kumo Kagyu beim Schreiben des Goblinslayer aus seinen eigenen Erfahrungen im Bereich Tabletop gezerrt hat. Vieles hat er direkt aus der Welt der Tischrollenspiele importiert, hier sind vor allem die Monster eine besondere Erwähnung wert. Allerdings bringt er durchaus eigene Elemente mit ein, die das ganze etwas japanischer wirken lassen und genehmigt sich bei den Charakteren einige Freiheiten. Über manche Dinge, die ich während der Recherche herausfand, war ich selber sehr erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Monster so nah an Dungeons und Dragons dran sind. Auch, dass die Götter eigentlich nur ein Tischrollenspiel spielen, finde ich interessant. Ich bin mir sicher, ich habe noch einige Dinge übersehen, die der Autor für seine Novel aus der Welt der Tischrollenspiele geliehen hat. Ich hatte sehr viel Spaß bei der Recherche für diesen Artikel, auch wenn es sehr viel Arbeit war. Ich hoffe, ihr habt damit genauso viel Spaß wie ich und solltet ihr etwas haben, das man ergänzen kann, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Teilt diesen Artikel auch gerne mit euren Freunden und wenn ihr wollt, gerne mit eurer Tabletop-Gruppe. Vielleicht kann sich ja der eine oder andere von ihnen auch für den Goblin Slayer begeistern. Ansonsten kann ich nur jedem Fan von Dungeons & Dragons ans Herz legen, dem Goblin Slayer mal eine Chance zu geben. Es ist zwar nicht alles super akkurat nach den Regeln des Tabletops, aber für eine spannende Geschichte muss man manchmal etwas zurechtbiegen. Nicht wahr, liebe GMs? Solltet ihr noch etwas unschlüssig sein, ob die Serie etwas für euch ist, schaut gerne in meine Reviews zu den Light Novel Bänden 1-5 hier im Light Novel Dungeon. Und das war's auch mit diesem viel zu langen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.